ja gut das können wir jetzt weniger machen ein paar wasserpflanzen sind ja in ordnung aber eben nicht mal cool daran auch nicht dass es jetzt die pflanzen die hier sind sind doch keine hoppala Was ist das? ein bisschen an den Uferausläufen hier, kann man nur ein bisschen die Pflanzen hochkommen lassen. Dann sieht es nämlich so aus, als wenn es das Wasser seichter wird. Nicht mehr ganz so tief ist. Also mittendrin. Mittendrin muss er nun nicht sein, ne? Mittendrin muss er noch nicht sein, wenn es das Wasser ist. Hier müssen noch ein paar Bäume hin, Stelle merken. Okay. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Fliegende Schafe Ach, wie viel denn noch? Müssen wir gleich nochmal ein bisschen gerade ziehen, aber so funktioniert das schon relativ gut. Fliegende Schafe Fliegende Schafe So, haben wir denn eine Hafenbaumod oder sowas? Weil dann würde ich hier so einen kleinen Steg irgendwie mit dran bauen. Das wäre doch vielleicht auch noch ganz neckig, ja? Beide Depots, Gleis Asset, Kleingarten, vielleicht damit? Gewächshaus, Kirchen, Häuser, wie könnte man das denn darstellen? Ja. Das war's. Und das Schöpfe? Schiff, Schiff, Schiff. Ich sehe kein Schiff. Ich bin wahrscheinlich nur wieder blind. Nö, ich sehe keinen Schiff. Schiff, Schiff, Schiff. Schiff, Schiff, Schiff. Schiff, Schiff, Schiff. Schiff, Schiff. Tienchen, was feierst du denn? Jetzt brauchte man natürlich Schiffe als Asset, ne? Aber wie gesagt, Konstruktionen, Autos, Stationen. Gut bei heute, hihi. Brauchen die Dinger jetzt her? Ja, Konstruktionen, ne? Glaube ich. Ne, Gürz. Ähm, Francis, wo war das jetzt mit Gürz? Ja. Dann hatten wir, hatten wir, hatten wir, hatten wir das Ding. Ja. 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 Ich finde von der Sache her, könnte man das schon so machen. Wenn wir jetzt natürlich noch ein paar kleine Boote hätten. Ja. Keine Schiffe, sondern kleine, kleine Motorboote, kleine Routerboote oder sowas, die man da mit dran setzen könnte. Ja. Weiß nicht. Nicht wirklich, ne? Ja. Ich werde ja nicht kleiner. Menü. Auswahl. Achso. Meinst du, äh, Auswahl rausnehmen? Und dann gucken. Bei den Schiffen. Ich habe keine Schiffe. Manuel hat eben doch schon gesagt. Klick Schiff Menü. Auswahl. Die du gerade hattest. Ich hab die. Okay. Airport, Bridges, Gebäude, Gebäude, Autos, Construction, Elektronik, Kirchen, Kleingartengleise, Felsen, Verkehrsschilder, Trucks, Baum, Trains. Ach. Meinst du, meinst du, äh, ach, war da. Wo war ich denn? Wo waren wir denn gerade? Wo waren wir denn gerade dann? Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, Dingchen. Ich weiß auch nicht mal mehr, wo wir gerade waren. In welchem Menü. Oh, was? Was? Ach. Mal. Mal. Dün. Bzz bzz. So weit hinten waren wir nicht. Wo waren wir denn? Wo waren wir denn nur? Ich brauche mehr Setmots, ne? Wo hatten wir denn gerade die Dinger? Verdammt. K-Sable, ah. Zellen, Werkzeug. So, Beladung, Lampen. Manuel, Glückwunsch! Du hast ja wieder ein paar Punkte dazubekommen. Luftkissenboot. Ah, guck mal, das ist wenigstens etwas kleiner. Wobei mir das auch noch zu groß ist, um ehrlich zu sein. Das war ja eigentlich nur für... ähm... Mann, du gibst es auf. Ich habe keinen Bock mehr. Das soll ja eigentlich nur so für den Privatgebrauch sein. Versteht ihr? Ja. Ja. Das einzige, was von der Größe her so einigermaßen im Rahmen wäre, wäre das Luftkissenboot. Und hier Rigi. Das ist viel zu groß. Das ist auch nicht unbedingt das, was ich mir da unter vorstelle. Oh. Oh. Bereiro. Ich habe keine Angezüge. So. Wie haben Sie das? Oh du machen? Oh. Wie. Wann ist es nicht so? Wie. 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 Straßenobjekte, Hydranten, Pflanzenbeet, Alterfalter, was hier alles los ist, Raffinerie, okay, das ist klar, das können wir für hinten, für unsere Raffinerie dann nochmal benutzen, wenn wir die ein bisschen hübscher machen wollen. Okay, einen Discounter brauchen wir jetzt hier oben nicht, Industrien auch nicht unbedingt, Rampe, wie groß bist du denn? DPS Schenkerlage. Remove, Manuel zockt, 3000. Manuel hat sich gerade mal 3000 Punkte gegeben, der betrügt. 1592. Manuel, versuch mal GIF 2. Vielleicht klappt das ja. Drückst du die ganzen Punkte aufs Auge. Ja, funktioniert nicht, ja? Schade. GIFT. Ihr habt den Bot kaputt gemacht, der zeigt gar nichts mehr an. Ed Juve, 2000, äh, ne, 24.500 Punkte. Ne. Funktioniert nicht. Musst du noch eingeben, Manuel. 12.284, das wäre nicht weniger. Kannst du nur nicht machen, was du willst. Steht da irgendwas dran von Binge und Leichenhalle? Ne, ne? Ne. Ne, nicht mal Sets, ähm. Parkierchen war das jetzt einmal weg. Das war mit den Bäumen so ein bisschen. So. Zurück zur Kirche. Und auf die Leichenhalle. Ja, die Kreuze da oben sind natürlich ein bisschen doof, ne? Na, passt nicht dazu. Manuel. Manuel. Zehn Punkte gewonnen. Hey! Manuel vollzig. Ich hab' da mal ein paar Punkte dazu. Mal Tool. Und jetzt wollen wir einfach mal ein normales Gras. Ne. Ja, schon besser. Ja. Ich glaube das ist sogar noch besser. Ich glaube das ist auch noch besser. Jawoll. Der Manuel zockt also nett. Reden wir vom selben Manuel Juve?